Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal Minecraft Skywars und wir haben heute eine ganz besondere Challenge, denn ich werde jetzt auch öfter mal Challenges bringen. Und zwar dürfen wir heute in dieser Folge nicht rennen. Also das ist auf jeden Fall auch extrem, also nicht rennen. Also wird auf jeden Fall sehr interessant. Habe ich lange nicht mehr gemacht, solche Runden. Vor allem man rennt ja eigentlich schon immer automatisch quasi. Und ich darf nicht schnell rennen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich hoffe, dass ich da noch was Anständiges hinkriege. Ja, so hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Stuff. Das brauchen wir auch. Denn sonst haben wir echt gar keine Chance. Wir sind ja auch übrigens in einem Dreierteam. Ich weiß nur nicht, ob die gut sind. Kein Plan. Ich kenne die nicht. Das sind Randoms. Absolute Randoms. Und die Insel, die man hat, die ist auf jeden Fall ziemlich groß. Und hier ist irgendwie keine Werkbank. Warum? Hier drin vielleicht? Ne, auch nicht. Krass. Da oben ist noch eine Truhe. Kommen wir da irgendwie hin? Oh, nice. Ja, nice. Jawohl. Oh, das war gut. Ähm, ich mache mir direkt mal eine Werkbank. Und dann würde ich sagen, craften wir mal ein bisschen hier rum. Müssen wir nämlich auch. Ja, du brauchst mich nicht anhitten, Kollege. Oh, dankeschön. Danke, danke. Ein Teamplayer. Endlich mal ein Teamplayer. Und das als Random? What the fuck? Das ist ja... Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und eine... Und eine... Ach, scheiße. Jetzt habe ich mich verkraftet. Ich... Der... Richtig dumm. Richtig geil verkraftet. Jetzt habe ich... Oh. Das... Was ist denn los mit den Leuten? Hey, was... Was haben die schon wieder vor hier? Was ist los mit den Leuten? Die wollen mich einfach hochsprengen. Kein Plan, was mit den Leuten ist. Was los? Was ist denn los? Ey, das sind... Also doch keine Teamplayer. Also kein Plan. Ja. Ist aufgenommen. Tja. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal weitergeben. Denn das war auf jeden Fall natürlich nicht so cool. Ja, egal. Ähm... Wir werden auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass wir... Ähm... Ja, die verunsichern mich total. Ja, was ist... Was ist los mit denen? So, wir gucken jetzt einfach mal. Äh... Können wir uns noch irgendwas craften? Ich glaube nicht, ne? Schutzschuhe. Das ist schon mal ganz cool. Und... Schärfe 2. 6,5. Der ist echt ein bisschen betrunken anscheinend. Aber ganz schön dann. Äh... Kein Plan, ey. Was mit denen falsch geht. Naja, wir gucken einfach mal. Helm haben wir sogar auch noch. Geil. Geil, geil. Wir könnten... Oh, über uns sind Leute. Ja, ja, ich sehe die. Ja, ja. Geil, geil, geil. Also einen haben wir auf jeden Fall schon mal geschnetzelt. Uiuiui. Und jeder hier schmeißt mit Ambossen um sich. Auch ein cooler Typ auf jeden Fall. Ah, ich kann jetzt nicht rennen. Keline. Oh, nice. Ist auch runter. Sauber. Saubere Leistung. Ich weiß jetzt gar nicht. Wir sind auch nur noch zu zweit. Einer musste leider sterben. Aber es war gar nicht so schlimm, weil das sind ja eh keine Teamplayer. Ähm, von daher eigentlich noch eine weitere Gefahr weniger. Aber, äh, schauen wir gut. Zwei Typen von den anderen down. Und wir leben noch. Beziehungsweise nicht mehr alle leben. Von uns aber anscheinend dann der Gute. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir am besten vorgehen. Ich habe natürlich jetzt einen Wassereimer. Das ist sehr schnieke. Und wir könnten theoretisch, ja, Schutz 1 ist glaube ich besser hier als Schutz 2. Schutz 1, Schutz 1. Oh, die hatten auf jeden Fall gutes Equip. Auf jeden Fall geht das klar. Ähm, aber sehr, sehr große, uncoole Aktion eben von denen. Das hatte ich echt, das habe ich öfter jetzt mal gehabt. Also, ist, ähm, nicht so geil. Also, das ist wirklich ziemlich assi. Da irgendwie sowas da zu machen. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hahaha. Sehr geil. Komme ich hier überhaupt raus? Kann ich das jetzt zerstören? Jawohl. Sehr gut. Perfekt gelandet. Sehr geil. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass hier keine anderen Typen sind irgendwie. Weil irgendwie habe ich hier immer so ein schlechtes Gefühl, wenn ich so alleine auf einer Insel bin. Weil die Inseln sind ziemlich fucking groß hier. Und deswegen sollen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, das war, das ist die Insel, von der die anderen eben kamen. Deswegen kann ich hier wahrscheinlich noch ein bisschen ruhiger das angehen. Oh, ich dachte schon hier, die Redstone-Fackel. Die sieht ein bisschen komisch aus. Aber eigentlich ganz cool. Mich nur gerade übelst irritiert. Komm, was zeigt nach hinten auf jeden Fall an. Den könnte ich mir eigentlich auch mal hier ins Inf legen. Ins Inventory. Ähm, oder zeigt der Team mit an? Ja, Team. Team 6. Bin ich Team 6? Ich weiß es nicht. Egal, aber wir kommen jetzt hier schlecht, ähm, weg, würde ich sagen. Ja. Ist ein bisschen blöd. Vielleicht sollte ich, ähm, mich in die Mitte einfach mal bauen. Weil in der Mitte geht auch immer am meisten Action, sagt man ja zumindest. Jetzt habe ich natürlich meine Ender-Perle ein bisschen verranzt. Die ist natürlich jetzt weg. Weil ich, oh scheiße, da bin ich gerade gerannt. Ja gut, das war jetzt aber kein effektiver Rand quasi. Ähm, war ja keine Kampf-Situation. So, so genau nehmen wir das nicht. Aber, ähm, ist hier noch eine... Ah, hier ist eine Brust. Hier ist eine Truhe, aber die ist leer. Schade. Aber das Gute ist, wenn man nicht rennt, dann verliert man halt auch keine Hungerkeulen. Das ist halt der einzigste positive Grund. Aber das ist natürlich, die Wege dauern erstens mal länger und zweitens hast du einen Nachteil im Kampf. Sogar einen extremen Nachteil im Kampf. Weil die können dich einfach so geil wegkombonen. Ähm, vor allem die können auch richtig die Range ausnutzen. Also das ist wirklich nicht so geil. Oh, hier sieht aber sehr gefährlich aus. Nicht, dass ich hier gleich in so eine Schnur reinlaufe. Die dann hier irgendwas tätigt. Das ist auch schon eine Druckplatte. Ich traue mich wirklich nicht so ganz da irgendwas zu drücken oder daher zu laufen. Lassen wir mal lieber die Finger davon. Und da oben habe ich auf jeden Fall einen Namen gesehen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob der zu mir möchte. Ja, da oben ist auf jeden Fall ein Name. Wir sneaken einfach mal. Das ist nämlich nie verkehrt zu sneaken. Ja, er sneakt auch. Es wird dann wohl auch ein Gegner sein. Ein bisschen am Rand lang. Ja, ich glaube, hier sind wir schon mal ein bisschen sicherer. Der trackt, glaube ich. Oh ja. Der Kampfnachteil. Siehste, da habt ihr es gesehen, Leute. Ich kann im Kampf nicht gewinnen, ohne zu rennen. Das funktioniert leider nicht. Er hat auch irgendwas, hat er da vorher noch geschluckt. Aber ja, Leute. Das war jetzt so die kleine No-Run-Challenge. Ist schwierig auf jeden Fall. Aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Also wir haben ja auf jeden Fall zwei Typen geschnetzelt. Sind auch relativ, haben auch relativ lange, relativ lange überlebt. Aber was soll's. Sind nun mal gestorben. Und ja, da kann man auf jeden Fall nichts machen. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja. Vielleicht werde ich, ihr könnt ja auch gerne mal Challenge-Vorschläge in die Kommis ballern. Also würde mich auf jeden Fall interessieren. Weil ich habe da vor, ein bisschen mehr zu machen. Ich wollte vielleicht auch eine No-Shift-Challenge machen als nächstes. Dass ich gar nicht die Shift-Taste betätigen darf. Oder mal gar nicht die W-Taste. Oder ohne Schlagen zu gewinnen. Oder so irgendwas. Was witziges halt. Und ja, Leute. Wir sehen uns am besten einfach dann im nächsten Video wieder. Und bis denne. Tschüss. Tschüss.